Moin, ich heiße Alfred Hochmut. In Zeiten niedriger Zinsen fiel es mir schwer zu entscheiden, welches Anlagenkonzept das Richtige für mich ist. Dann habe ich darüber mit meinem Berater Herrn Billebeck gesprochen und er konnte mir dann auf eine meiner Bedürfnisse abgestimmte Anlagenstrategie zeigen. Im persönlichen Gespräch bei der Dittmarcher Volks- und Haifeisenbank hat er sich ziemlich schnell herausgestellt, was das Richtige für mich ist. Die passenden Lösungen haben mich voll und ganz überzeugt. Dank der professionellen Beratung habe ich jetzt eine Geldanlage, die sich für mich rechnet und zu mir passt.